Die Debatte um das mögliche Verbot der AfD heizt die politische Atmosphäre in Deutschland an. Die Grünen zögern nicht, hart zurückzuschlagen und stellen die AfD als direkte Bedrohung für die Demokratie dar. Die AfD ist nicht die Stimme des Volkes, sie ist die Stimme des Extremismus, so ein Sprecher der Grünen. Doch während die Grünen und die Ampelregierung die AfD mit scharfen Worten attackieren, wächst der Widerstand, besonders in Ostdeutschland, wo viele Bürger ein Verbot der Partei als schwerwiegenden Eingriff in ihre politischen Rechte sehen. Im Osten Deutschlands, einer Region, die sich oft von der westdeutschen Politik entfremdet fühlt, wird die AfD als letzte Verteidigungslinie der Bürgerrechte wahrgenommen. Ein AfD-Vertreter aus Thüringen betonte, wir sind die einzige Partei, die die Interessen der Menschen in Ostdeutschland verteidigt. Sie wollen unsere Stimme zum Schweigen bringen, weil wir die Wahrheit aussprechen. Das ist kein Schutz der Demokratie, das ist Zensur. In dieser Aussage schwingt der Ton von Empörung und tiefer Verbundenheit mit den Menschen mit, die sich in einem politischen System oft vernachlässigt fühlen. Mario Feucht, CDU-Vorsitzender in Thüringen, befindet sich ebenfalls in einer prekären Lage. Der Druck wächst sowohl von seiner Partei als auch von seinen wehrlichen Wählern. Soll er sich dem Ruf nach einem AfD-Verbot anschließen und riskieren, die Unterstützung in Ostdeutschland zu verlieren? Oder sollte er die Rechte der Bürger in dieser Region verteidigen und damit den Zorn der CDU-Spitze in Berlin auf sich ziehen? Es ist eine Frage der Balance, sagte Feucht in einem Interview. Die Demokratie muss geschützt werden, aber gleichzeitig dürfen wir die Sorgen der Menschen nicht ignorieren. Doch für viele Wähler in Ostdeutschland ist das zu wenig. Sie verlangen klare Positionen und eine Verteidigung ihrer politischen Rechte. Die AfD nutzt diese Unsicherheit in vollem Umfang aus und stellt sich als letzte Bastion gegen die Entmündigung des Volkes dar. Was wir hier sehen, ist nichts weniger als der Versuch, den Menschen in Ostdeutschland ihre Stimme zu nehmen, sagte ein AfD-Sprecher leidenschaftlich. Wir werden nicht zulassen, dass die Bürger von einer selbsternannten Elite zum Schweigen gebracht werden. Das ist eine Frage der Demokratie. Und die AfD wird sie verteidigen. Diese Worte treffen tief ins Herz vieler Wähler in Ostdeutschland, die das Gefühl haben, dass ihre Stimmen in der westlichen politischen Landschaft untergehen. Doch die Grünen bleiben hartnäckig und werfen der AfD vor, nur Angst und Hass zu schüren. Die AfD redet von Demokratie, aber in Wahrheit untergräbt sie die Grundfesten unserer Gesellschaft, entgegnete ein grüner Politiker scharf. Es geht hier nicht um die Rechte der Bürger. Es geht um den Schutz unserer Demokratie vor extremistischen Kräften. Diese scharfe Rhetorik zielt darauf ab, die AfD als Bedrohung darzustellen und die Debatte auf ein moralisches Schlachtfeld zu führen. Doch die Realität sieht komplex aus, ja, da tägt sie aus. Während die Grünen weiterhin die AfD als Gefahr darstellen, zeigen Umfragen, dass 45% der FDP-Mitglieder und 30% der deutschen Wähler gegen ein Verbot der AfD sind. Besonders in Ostdeutschland, wo die AfD erheblichen Rückhalt hat, könnte ein Verbot nicht nur als demokratisches Desaster angesehen werden, sondern auch zu erheblichen politischen Unruhen führen. Die tiefe Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland, die durch die Debatte um das AfD-Verbot ans Licht gekommen ist, verdeutlicht die Fragilität der deutschen politischen Landschaft. Ein Verbot könnte die Gräben zwischen den Regionen weiter vertiefen und zu politischen Instabilitäten führen. Viele befürchten, dass eine solche Maßnahme die Spannungen verschärfen und das Vertrauen der Bürger in das politische System weiter untergraben könnte. Mario Feucht steht somit vor einer entscheidenden Wahl. Sollte er die Stimmen seiner Wähler verteidigen und das AfD-Verbot ablehnen, oder sollte er den Druck aus Berlin nachgeben? Beide Optionen bergen Risiken, und seine Entscheidung könnte das Schicksal der CDU in Ostdeutschland für Jahre bestimmen. Letztlich bleibt eine Frage offen. Wird ein AfD-Verbot die deutsche Demokratie wirklich stärken, oder führt es zu noch größerer politischer Spaltung? Vielen Dank, dass ihr mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, einen Like dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag.